Ihr habt unsere Segensstation gefunden. Gesegnet zu sein bedeutet zu hören und zu spüren, dass Gott da ist mit seiner Liebe und Geduld und dem Guten, das er für uns will. Gott bleibt an unserer Seite auf all unseren Wegen. Wir wollen euch einen Segen mit auf euren Weg geben. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch aber natürlich auch gegenseitig segnen. Ihr könnt zum Beispiel einander die Hand leicht auf den Kopf oder auf die Schulter legen, euch an der Hand nehmen oder in den Arm nehmen oder einfach einander freundlich anschauen und zueinander sagen, Gott segne dich. Bevor ihr die Segensstation nachher verlasst, dürfen sich die Kinder einen kleinen Schatz aus der Kiste nehmen und die Erwachsenen dürfen sich ein Segenskärtchen aussuchen. Und jetzt kommt unser Segen für euch, ein irischer Reise-Segen. Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen und der Wind dir den Rücken stärken. Möge die Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen die Felder um dich her dränken. Und bis wir uns wiedersehen, möge Gott dich schützend in seiner Hand halten. Amen.